Musik Ich glaube, dass das für uns ein wichtiger Punkt ist, wie gehen wir mit den Ressourcen, die es gibt, um. Und die sind in vielen anderen Bereichen entweder sehr enden wollend oder gefährlich. Ich sage ganz ehrlich, ich stehe deswegen aus Überzeugung hier, weil es ganz wenige Kilometer von hier entfernt es Diskussionen gibt, Atomkraftwerke aufzurüsten. Und da bin ich ganz entschieden, jemand der sagt, das mag ich eigentlich nicht haben. Es hat eigentlich sehr wenig Bedenken gegeben gegen den Windpark. Sogar die Jäger bestätigen das jetzt, dass das Wild unter dem Windpark, unter den Windrallen eigentlich ihr Verhalten genauer nicht geändert hat. Und ich habe bis jetzt eigentlich keine negativen Meinungen gehört. Es gibt eine Verantwortung, die wir dieser Schöpfung gegenüber haben. Und da sind für mich einfach die Windkraftanlagen bisher die so ziemlich überzeugendsten. In unserer Gemeinde kann ich auch dazu sagen, ungefähr für 9000 Haushalte Strom produziert. Das ist fast so viel, als was man im ganzen Bezirk Horn, die Privathaushalte verbrauchen. Und ich glaube, dadurch können wir locker sagen, wir sind ein Fahrzeugeprojekt. Denn diese Türme sind im schlimmsten Fall relativ schnell rückstandslos abbaubar. Grundsätzlich glaube ich, muss man jede Möglichkeit nutzen, Ökostraum zu produzieren. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die Umwelt zu schauen. Ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die Umwelt zu produzieren.